Die Runde geht schon los und ich bin leer. Ja, ja. Ach, ich muss ja auch schon. Ja, ja. Alle verschlafen. Jedes Mal. Oh, Chance einen Helden zu bekommen. Komm, komm, komm. Und ich starte als Rebellensoldat. Ja, genau. Ich auch. Von wegen, ich bekomme die Chance. Ich bekomme überhaupt keine Chance. Zu langsam gedrückt. Zu langsam gedrückt. Ja, das Spiel wollte mich hier in falscher Sicherheit kriegen. Reveld! Groß was ihr tun, ist um unsere Kommandeure zu beschützen. Na, Leia mit ihrem tollen Outfit. Ja. Hat keiner geheilt die Helme. Es regnet ja auch draußen, ne? Also von da ja. Ja, das passt eigentlich so. So ein Tape ist da gar nicht so schlecht. Oh, warte mal. Wo ist denn jetzt der andere Hit? Das war jetzt noch ne Winterjacke. Ja, Mann. Das ist wahr. Da vorne rennt einer, da ist aber reingerannt. Vader ist oben im ersten Stock. Ach, da ist ja einer. Ja, Luke bleibt hier noch schön hinten. Das ist gut. An den Gängen ist natürlich auch immer krass. Mit so einem Lichtträger-Typ natürlich super. Das ballert ein Hans-Rudola gerade hinten. Auch noch niemand. Tommy, ich bin hinter dir. Oh, ich proba. Wo? Der ist halt da. Wie weit hoch fliegt der denn? Gute Frage. Der muss doch mal runterkommen. Ich seh den gar nicht mehr. Oder hast er? Der ist irgendwo im Baum. Ist er jetzt unten? Na ja, da hinten läuft er. Da ist eine Garde da oben. Na, ist er weg. Keine Ahnung, wo der Boba hin ist. Der war auch recht angeschwächt schon. Echt? Das ist gut. Bei mir läuft hier gerade an so. Ach, hier laufen hier alle. Okay. Sind alle im ersten Stock hier. Können wir mal reingehen? Na ja, ich bin hinter dir. Ah, ihr seid beide Helden? Ne, ne, ne. Ich bin Ehrengarde gerade. Ich bin normaler Rebellen-Soldat. Aber jetzt auch mit drinne. Ja, wenn man so zusammenbleibt, ist es natürlich immer schwierig für die Gegner. Wenn man so zu dritt oder zu zweit immer zusammen ist als Helden. Da schießt'n du dahin. Da war noch nicht mehr. Klar. Da ist der Imperator. Der Imperator ist drin in diesem großen Raum. Da. Hinterher, 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 hinterher. Der kann doch gar nicht so schnell sein. Da hat ein Helden, der hat sich geheilt gerade der Imperator. Hier ist er. Hier ist er. Ja, 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 ja. Nein, weg hier. Oh nein. Moment, ich fall. Nein, da hätte ich nicht. Nein! Nein! Ja, auch so. Ich stand erst noch auf dem Ding drauf. Dann bin ich weitergelaufen. Ein Imperator ist tot. Robert Fett ist hier irgendwo noch in dem Raum, glaube ich. Bei uns haben alle fast fast volle Lebensenergie. Ah, hier ist Vader. Hier ist Vader. Der kämpft gegen Luke. Okay. Na oben, muss ich sagen. Das gibt's doch nicht, ey. Darth Vader ist hier in dem Raum drin. Darkseid, der ist oben auf diesem Pylone. Ja, ich kämpf, ich kämpf gerade gegen ihn. Achso. Der macht doch übel schade. Was macht denn der? Der kämpft gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme an EE4 hier. Na, so. Jetzt, ne. Hä? Geht auch mal drauf? Jetzt, alter Schwere. Heute nicht. Heute ist die nicht danach. Na, ohne Scheiße. Der hat echt viel eingesteckt gerade. Unglaublich. Gut geblockt, muss man sagen. Ich sehe nur noch der Bober. Ist der hier drin auch? Das wäre ja sein Untergang, wenn ich hier reinlaufen würde. Ja. Der sitzt oben auf einem dieser Dinger drauf. Auf diesen Säulen. Ne. Ah, ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. 26 hat er noch der Bober. Immer noch auf seiner Säule da oben drauf. Ja, ist er. Ja, komm raus aus deiner Ecke da oben. Na, der will die Zeit absitzen. Ja, ich habe ihn nur. Das müsste mir nichts. Deswegen hat er trotzdem verloren. Wenn er nicht tot ist, wenn wir noch mehr Helden haben. Na. Ja. Jetzt guckt er auf mich. Jetzt guckt er gar nicht. Das war der braune Schuh hier schon wieder. Fickheit. Zombies erster. Ich bin letzter. Alles wie immer. Ja. Ja. So, Helden. Jetzt kann ich gar nicht entscheiden, wen soll ich denn jetzt habe ich das letzte Mal so viel. Komm, die machen wir. Han Solo, oder? Nehmal Luke. Luke lange nicht mehr genommen. Ich nehme Luke. Ich nehme Jui. Nur bin ich alleine. Das ist unfair. Ja, weil du so schnell bist. Ihr seid zu langsam. So sieht es aus. Nein, du warst zu schnell. Man muss doch noch sorgfältig gucken, was nimmt man denn jetzt? Ja, genau. Mittlerweile ist ja nicht mehr so wie bei den DLC ist, wo man sie zum ersten Mal gespielt hat und jeder natürlich immer die neuen Helden sich genommen hat. Am Anfang ist das jetzt nicht mehr so. Mittlerweile ist das doch schon so, dass man sich noch überlegen kann, wie ein Helden man möchte. Und dass gleich alle weg sind. Heilung. So. Ich danke vielmals. 75%. Oh, Luke ist jetzt krass schnell immer noch. Ich meine, man merkt schon, dass es mehr FPS sind auf jeden Fall auf der PS4 Pro. Als früher. Oh, der eine ist auf dem Schiff. Soll er kommen? Wo ist er auf dem Schiff? Der ist auf dem Schiff nicht mehr drauf, oder? Der ist tot, der ist tot. Schade. War ich gerade so schön aufs Schiff hochgelaufen. Und du brauchst das erstmal schön am Balkon? Wo sind denn alle? Wo sind denn alle? Ich bin auch schon wieder wild hier. Wo sind denn alle? Und du bist genug draußen irgendwo rum und sehe keine. Ich gehe mal wieder rein. Wo sind denn alle? Oh. 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 Es gibt viel zu schnell dieses toxische Zeug, wenn man es nicht sofort sieht. Nee, ich nehme nicht mehr, Luke. Hey, ich nehme nicht mehr, Luke. Hey, ich nehme nicht mehr, Luke. Der nicht Schwertwurf machen, wenn er hinter mich steht. So, okay. Den haben wir. Der kann ganz besondere Dinge. Der Vader auf jeden Fall, ja. Wada. 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 Irgendwo wer so ein Heilungsding nennen. Warte dahinten. Warte dahinten. Sehr ernst, sehr ernst. Alles gut. Ja, das war mir nicht schon wieder schaden. Wo ist denn schon wieder diese Giftdings gewesen? Oh, Landos gestorben. Probier's mal mit in den Rücken gefallen. Schau mal, ob das klappt mit in den Rücken fallen. Oh, da war das klappt mit in den Rücken fallen. Oh, da war das klappt mit in den Rücken fallen. Ja, hier. Hier bei mir ist, äh, Boss glaube ich. No, Boss hat noch volles Leben. Ah. Das war schwierig, wenn wir nur noch Chewbacca haben. Aber der, ne, jetzt hat er wieder 50%. Der ist gut geschossen. Wer denn jetzt? Der hat 41%. Ich versuche mal anzugreifen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Weiß einer, wo Bruma ist oder so? Ne, ne? Ne, das ist nicht so. Was? Was? T21B? T21B? Oh, da kriegt Han Solo. Äh, Chewbacca richtig Schaden. Ich glaub die Runde ist verloren. Hä? Das weiß ich wiederum nicht. Das kann ich dir nicht so sagen. Mit der Dioxys oder mit den richtigen Granaten? Ne, mit den, mit den Granaten. Ganz komisch gerade. So, diesmal nehme ich Han Solo. 1, äh, 0 zu 5 aktuell mein Stand hier. 350 Punkte. Schlechtes deiner Runde. Jetzt, jetzt, jetzt. Nachdem das letzte Mal so gut lief, ist jetzt wieder hier der Ofen aus. Das wird noch, das wird noch. Das wird noch. Das wird noch. Ah, schau mal. Alles mit Han Solo läuft wahrscheinlich besser als Luke. Als Luke bin ich hier sofort raufgegangen. Warum hab ich denn grad keinen Bug damit? Bug-Datein. Kein Verlass auf den Tombi. Ja, ja. Ja, ich kann gleich noch wechseln. Erstmal wieder gucken, was Han Solo konnte. Ja, diesen einen Schuss, der so krass weit ging, oder? Ah, ne, das war der Schnellschuss, oder? Einmal der Glücksschuss und einmal dieses Schnellschießen, genau. Und einmal das Rempeln. Der Glücksschuss war der, der so übel Schaden macht, oder? Ja. Ich meine, sogar irgendwie fast 30% oder so. Krass. Wenn der drin hinter dir? Ja, wenn der drin aufladen oder so? Ähm, ja, genau, da musst du gedrückt halten, den Schuss, genau. Also eher eins dann gedrückt halten, oder ne, ganz normal schießen gedrückt halten. Ja. So, was sind die denn? Das ist eine gute Frage, die ich dir grad nicht beantworten kann. Ich glaub, jetzt war durch Eingang nach dem anderen, aber ging da noch nicht gesehen. Ja, ich glaub, die sind wieder über uns. Ich hör auch da oben. Oh, das Imperator da vorne. Gerade hat mich auch nicht gesehen, der geht grad nach oben in den ersten Stock rein. Okay. Hinter dir? Der ist grad an links rüber gegangen, der Blitz ist ausschauen. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter mir! Ja, da war ein Schattdruck. Ja, den hab ich. Ja, den hab ich. Das hat er mich. Der Imperator ist hier, glaub ich, ganz alleine rum. Da ist jetzt jeder. Ja, 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 ja. So weiter. So den Glücksschuss mal. Ops, nein! So den Glücksschuss doch mal. Ach, mal. Mit dem Glücksschuss muss man so aufladen, verstehe. Was ist da hin? Der Imperator? Der Imperator ist hier mit Hälfte neben drin. Ja, das ist. Ja, ja. Na, ich glaub, den kriegt er jetzt. So, weg ist er. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ich hab wenigstens mein Kühl gemacht. Ah, wir sind hinter uns hinter uns. Ah, ne, 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 zwei, zwei im Nachkampf da wird dann schwierig. Aber ich hab nämlich noch mein Schuss, mein Schuss konnte ich gerade noch abfeuern irgendwie. Oh, ich glaub. Lauf, mein Schuss. Die sind beide hinter dir. Nein, ja, ich hab mich verteilt, ey. Und vorbei, und vorbei. Da geht die Lebensenergie runter. Da kann man gar nicht zuschauen, wie schnell das sind grad. Hat man das gesehen? Naja. Da waren Wälder und Dengar, ey, gleichzeitig. Oh, 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 oh. Üble Geschichte, üble Geschichte. Naja, so. Wer es jetzt hält? Also, ich bin auf jeden Fall. Ich nehm mal Gin wieder. Ah, das wird ja doch noch schwieriger hier. Muss man mal aufholen. Ja, ja, ja. Ja, so wie beim letzten Mal. Wussten wir das dann in der letzten Runde. Das ist dann doch nicht mal so. Aber ich find's gut, wenn die Partien so halbwegs ausgeglichen sind. Wobei das 5-0 war natürlich auch nice, aber. Sicherstellen, dass unseren Anführern nichts passiert. Ey, man habe ich 2 zu 6 jetzt. Ja, die Unternehmung ein bisschen Punkte gemacht, dadurch, dass ich den Imperator mit dem Kopfschluss ausgeschaltet hab. Ja, bleib. Machen wir's gar nicht mal so blöd. Oh, ein Vertriegeschutz. So, ersten Kittel gemacht. Ich glaub, der links ist hier im ersten Stock. Oh, boba ist oben im ersten Stock. Oh, boba, ja. Oh, boba, ja. Direkt über den Eingang. Dann nehme ich mir doch gleich mal die Ehrengarte. Bleib da neben dem Garten! Und hau dir! Äh! Ich hab den... Ich hab genau auf Vader die Rakete gefeuert. Genau auf Vader drauf. Ja. Aber ganz genau. Keinen Punkte bekommen, ja. Ah. Oh. Blöde. Ja, das ist hier durch. Das ist echt auch mehr. Der Boss greift nicht an, übrigens. Oh, wow. Da ist Boss, äh, boba fett hier links. Genau, du glaub ich mir da ja. Weil hier drin ist boba fett gar nicht so gut. Das ist aber auch schon ordentlich kassiert. Na ja, ich bin tot. Der Boss hat mich geholt. Ich zeig dir mal. Die sind alle im Gebäude wahrscheinlich, ne? Ja, aber nicht in dem wo ich bin. Oh, da hinten ist Vader. Oh, hi Luke. Da laufen alle weg. Ja, da ist Vader. Da läuft der Vader auch schon. Ich geh mal hier ganz schnell weg. Bevor hier Vader noch auftaucht. Ich hab den gut Schaden gemacht, der hat noch 40. Okay. Vader ist glaub ich hinter Lea, ja? Aufpassen. Das kann gut sein, ja. Wo ist er? Ne, Lea läuft hier drinnen. Ah, shit, wo? Ah ne, Bossk. Bossk ist im Haus drinnen. Oh, Lukas fast kein Lebensenergie mehr. Oh, 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 oh. Heilung, Heilung, Heilung. Bleibst du da? Oh, da war einer. Ja, das boba. Hier oben ist boba. Und Vader. Die haben aber alle nicht mehr viel, ja? Die haben beide noch vielleicht 30%. Na gut, aber zu zweit gegen Lea. Da reicht ihm noch 30%. Wobei Lea hat sich jetzt ganz gut auf der Affäre gezogen, glaub ich, oder? Hoberfett ist tot. Sehr gut. Vader hat noch 30. Jetzt kämpfen die in der Mitte. Ja, ich schieb grad auch weiter drauf. Ah, ich glaub, das wird aber... Oh man, ich hätt ihn fast gehabt, dieser blöde Bossk, man. Der hat 93 schon wieder, ey. Ah, aber ja, Bossk ist ein harter Gegner, wenn er gut gespielt ist. Ja, ja. Oh, ich hör schon wieder Lichtschwerder. Ah, Vader. Vier Prozent. Der rennt jetzt bei uns rein. Das glaub ich. Äh. Na, der darf auch dieses Hellen-Symbol nicht kriegen, weil das steht mitten auf dem Landeplatz. Wenn er das sieht, ey. Ist Lea, äh, oh. Ist er hinter dir? Ich hör'n, ich hör'n, ich hör'n, ich hör'n. Das müssen den Vader jetzt kriegen. So, dann. Ah, ich hab Bossk ein bisschen Schaden gemacht, aber er hat noch zu viel Leben. Neun Sekunden nur noch. Ah, wo ist Vader. Da ist er, da ist er. Ah, ah. Oben? Ne, unten. Jetzt wurde angeschossen, die Lea schießt den noch ab, aber. Noooon. Es war alles umsonst. Es war alles umsonst. So, wie gesagt. Ich hab' nur zitiert. Ah, schade. Ich nehm' mal nie an ihren Namen. Danks halt hält. Jupp. Wieder die Lea, ja. Oh, wir sind alle drei Held? Ja, schön. Ah, cool. Na, jetzt muss doch mal laufen jetzt hier. Ja, jetzt machen wir, wir müssen zusammenbleiben einfach, dann wird er schon. Wenn wir zusammenbleiben, wird alles gut. Genau. Der war Bagda, muss man? Ja. Dankeschön. Wir müssen nur ein bisschen warten. Dann kommt der Bagda von ganz allein. So, das ist die Frage, wo gehen wir hin? Bleiben wir hier stehen und warten bis hier rein. Mal gucken. Irgendwann kommen sie. Ich kann hier noch ein Geschütz aufstellen auch. Am besten in die Richtung hier, wo sie kommen im Zweifelsfall. Hm, oder am Balkon aber, ja. Am besten hier noch sowas aufstellen, wenn sie hier entlang laufen, dass hier auch noch gleich was explodiert und dann das Geschütz da steht. Wir versuchen uns hier einzugraben. Stellen wir uns alle Fallen hin, ja, ja. Okay. In der Zeit snipe ich noch ein bisschen. Ich glaube hier ist einer irgendwo. Ja, irgendwas ist gerade meine Bomben ist gerade hochgegangen. Ich treffe nichts. Ich sehe nichts. Kann man mehr Geschützer hier aufstellen? Ne, es gibt nur eins. Okay, das andere haut dann ab, oder? Ja, ja, das ist dann kaputt. Ich glaube, wir sind so langsam auf dem Weg, ne? Sollen sie kommen. Haben wir hier auf der Seite auch noch ein Warnsignal an, wenn hier... Da ist einer, da links kommt einer. Ja, hab ihn. Da... Ne, das sind nur unsere Leute, die hier gerade rumlaufen. Schau mal. Zweifelsfall nach oben. Zweifelsfall nach oben. Zweifelsfall nach oben. Zweifelsfall nach oben. Ja. Na. Langsam kommen sie, langsam kommen sie. Langsam kommen sie. Aber ist ja auch nicht so ein Vorteil für uns jetzt. Wir müssten ja jetzt mal ein paar Punkte machen. Ja. Eigentlich... Oh, da kommt jemand, der erst mal stark ist. Da kommt, äh, Dengar kommt reingelaufen, Dengar kommt reingelaufen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nein, der hat was auf mich geraubt getan, was explodiert. Klasse Länge. Der lernt mir hinterher, da läuft mir hinterher. Ich hab ihn gleich, naja, naja. Komm, wir kommen, wir kommen. Wir kommen. Na, er ist tot. Oder kann man auch wieder aushält oder das ob er oberste auch im gang und Ja, okay, dann kriegen wir aber glaube ich so ein problem er heilt euch da hoch Wir haben ja noch ein geschützt stehen das wird schon klappen Nein, wir bleiben auch hier er muss er muss zu uns kommen So taktik ich glaube ich ganz gut auf hier momentan mit dem hier kämpfen Gleich auch mit dem eingraben. Das ist die play. Ich kann es gleich wieder heilen Okay, ich stelle es geschützt mal hier, soll ich es geschützt dir lassen auf der Höhe ungefähr Ja, ist ganz gut, ja. So, bleibt mal stehen Ja, sehe ich. Dann kriegst du eine Heilung hinter dir Dankeschön. Sehr gut. Ich glaube, der ist auch abgehauen irgendwie Ja, aber er muss uns killen sonst, in 14 Sekunden haben wir sonst gewonnen Ja Wenn er uns jetzt nicht einen von uns beiden ausschaltet Kommt er noch hier rein, traut er sich? Nö, ich glaube nicht. Boah, er muss halt eigentlich Eigentlich kann er ja Oh, jetzt haben wir, jawoll Sehr gut Schön. Ah, sieh so, wenn wir im Team arbeiten, haben sie keine Chance Jawohl, genau Mal schauen, ob wir das jetzt noch schaffen. Wenn wir jetzt jede Runde gewinnen würden, jede zweite Schafft wir es trotzdem nicht Noch drei Runden, oh je Vielleicht kann man noch mal einen unentschieden raushauen Das ist so Hm Ah, Rebellen soll da sind wir sehen, das ist doch schön Wie ist die DLC? 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 Magst du denn fliegen oder eher nicht? Ich überlege gerade, Wolkenstadt können wir machen, oder? Oder so ein Todesstern Ja, können wir auch machen Oh, Wolkenstadt Machen wir Wolkenstadt Als nächstes dann Wolkenstadt, wenn die Runde hier vorbei ist Oh, lange nicht mehr gespielt in der Wolkenstadt Einfach random, egal welche Modi kommen Na Wolkenstadt Na dann Sind ja jetzt wieder alle in dem Bunker und ist auch mal unsere camp taktik übernommen die ein geraten wahrscheinlich haben gesehen das funktioniert haben sich gedacht das ist mal probieren und dann bleibt noch ruhig hier na ja der weder bleibt bei dem buch da drin kommt nicht raus hier ist noch ein heldensymbol bei uns wenn eine heilung braucht damit ja auch noch um mich haben noch infanterie geschützt hat schon zu wie viel lüxel das ist das mal holen das helden symbolisch nicht genommen wird doch gerade geschossen aber das denkt da gar nicht daran sich das helden symbol zu holen war schon wieder weder mann 20 prozent er kommt von hinten von euch der post hat noch nicht mehr so viel ausgerichtet aber befürchtet da ist das wieder wieder bei luft weil wir sind ja der rente war gerade weg irgendwie ich glaube der luke jagd in der woche ja und wenn ihr namens aber vergangen nicht mehr so viel den hat auch schon ganz schön da wird auch weiter drauf nein wieso habe ich den kill nicht bekommen wieso habe ich den kill nicht bekommen ja nur noch sehr schön das sieht nach unten runde aus ich habe den ja wohl gekillt gehabt ich glaube was ist bei uns mit das sollten wir schaffen geschaffen oder unternehmen jetzt denke auch jetzt aber jetzt wird doch noch gedreht hier jetzt haben wir einen schönen hellen hier sagt das kriegen wir in 3 3 klar war wieder die eingrabbtaktik oder ja ja genau wie eben mehr genau wie eben dazu gut funktioniert als hat ja doch das das probieren wir wieder da kommen sie auf die idee dass wir zusammenspielen wir haben ein bisschen die mutikons zeigen die hier drauf haben ich glaube der eine macht schon die ganze zeit ich glaube der weiß schon bescheid hier das kann man ja nicht nehmen das kann man erst nehmen wenn man schaden genommen hat oder freut sich ja der freut sich und jetzt mal hier den sniper rausgehauen einfach mal hinschießen da trifft ein denger schon tot was macht er denn alles gute nur wahrscheinlich runtergefallen oder karte doch mehr wert hat er dann noch gesehen dass wir helden ja da gleich weiter auf einer anderen seite ganz kurz durchgelaufen nein gegen die wand geschossen da kommt genau genau so eine angarde ja genau die hatte ich ja auch analysiert und da ist ein prater weil kommen wir waren gerade irgendwo blitze ein geschützt kann da nicht durchschießen oder ich weiß es nicht genau eigentlich so durch den schlitz da so ein bisschen aber naja das kann wahrscheinlich nach der selben eben schließen ist auf jeden fall daran sollte ja aber der hat schon ordentlich haben der mir gerade ist auch direkt der weiter naja wenn die dann zu zweit sind wollen wir das angehalten gehen ja kommen nicht ja gut kommen dass ich vorne da sind helden sie wohl glaube ich gerade oben naja ich glaube die heilen sich da dass wir hier zuvor schon mal schon und drei gegen zwei glaube an die macht sind bei ja ich vertraue gemacht ich habe ja das geschützt noch dabei vorher wäre natürlich wenn sie runterkommen und wir nicht so in nahkampf müssen wenn wir in nahkampf müssen dann wird ich habe ein bisschen angst vor wehrer wenn sie dann vielleicht in dem gang bleiben bleibt man zurück an die wir versuchen in dem gang hierher zu locken dann hier ordentlich gleich hier was rein zu hauen hinter dir hinter dir hinter dir hinter der damit haben wir den gang zurück wenn er jetzt hier reinkommt dann hier schützt auf die heilung ach so du hast ja nimmst du sie perfekt ja jetzt kommen wenn ich ja er muss hier reinkommen die zurückkommen er macht mich gerade völlig kaputt in mir auseinander da habe ich keine chance ne da habe ich keine chance verdammt sorry wir hätten da nicht in die offensiv gehen dürfen wir hätten nicht in die offensiv gehen der ist gleich tot der ist gleich tot der ist gleich tot der ist gleich tot der ist der Imperator ist glaube ich weggerannt ja gut gegen Imperator soll es nicht so schwierig werden aber jetzt noch beide fast volles leben das wird schon klappen ja war blöd der röder kam natürlich von hinten hat mich dann ja der ist auch sau stark und ich frage mich ob das wirklich so deren taktik jetzt war so dass der Imperator uns das so ablenkt und ich weiß nicht den Imperator gerade war schon nicht schlecht der hat vielleicht noch 40 prozent oder so guter kann ja selber malen aber zu zweit kriegen wir den auch also zu zweit kriegt er den auf jeden fall ich werde mich natürlich auch anschließen aber möglicherweise nicht ganz so weit da sein gerade ja der steht ganz alleine da wunderbar hier führen wir führen endlich wohl auch mal zeit hier vier zu drei naja gut aber auch wir haben ja wir haben gedreht auf jeden fall wir haben es gedreht aber alle rundungen jetzt gewonnen wo wir helden waren oder ich glaube auch hier gerade ja mit der runden in dem match ziemlich auffällig ja zu voll sicher nicht aber wir haben davon auch gehört gehabt hier die drei die anderen drei die nach dem team drin sind ich bin natürlich gewohnt letzter aber auch nicht auf die statistik schauen nicht auf die statistik schauen hier geblieben zu spät habe schon geworfen dachte ich mir was es ist warten oder ich will mir auf jeden fall ein paar power ups mal gucken wir haben auch keinen heiler das vielleicht nicht schlecht stimmt ja mal imploder sowas gingen auch nicht soll der post hat schon mal nur noch so 60 dann habe ich gerade smart rocket gegeben es war ganz gut nice da vorne wenn wir hier glaubt die action normalen oder oder um ist die action irgendwo dann werde ich auch im zweifal auch auf meine eigenen kosten hier reinschmeißen hauptsächlich treffer von hell damit vorne läuft der grüder um wie für mir ein duell da wo diese elektro dinger sind ist gerade bei mir okay es ist er wirklich nicht mehr weil ich bin noch hier drinnen ok nur noch boskes am leben wie dort auch erwischt ist der bosch ist hier fest was hier ich werde ich habe einen blotter und weg die denn alle direkt den stoff hier so erst was tot 2 prozent ja das ist aber gut neben den elektro dringern der drinnen wo diese elektro dinge halt sind ja ja da ist was geflogen aber das war auch ausweichen 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 von wo von wo da aus dem fenster ist ok schau mal schauen ob er noch mal rauskommt irgendwann war einer von den spaktor oder ich glaube das kämpft um sein leben sollte er auch ja spiegel gedreht so muss das sein nicht wie beim letzten mal wo sie es dann gegen uns gedreht haben naja also alle rausgegangen weil er gut wie geht es auch aus er habe ich nicht beendet normalerweise fragt er dann nicht nach oder ach so nehmen muss erst hier reinkommen ah ok jetzt verlassen helden am meisten schaden zugefügt der tombi ah wie kein roll sonst ja ja man merkt es ist dein modi ne tombi weiß ich nicht mag den auf jeden fall ich mag den auch ganz gerne zuschauer wollen ihn auch immer gerne sehen naja hat sich auf jeden fall gelohnt na gut dann sehen wir uns im nächsten part da geht es dann weiter mit was haben wir gesagt da heben wir dann endgültig ab und mögen macht mit euch sein servus bis dann tschau tschüss nun hast du vier möglichkeiten wie du weitermachen kannst klickst du links oben auf das bild kommst du zum nächsten video dieses projektes links unten kommst du zur playlist wo du alle videos des projektes noch mal in der übersicht findest rechts oben kannst du meinen kanal abonnieren und rechts unten siehst du den kanal von meinen mitspieler ich wünsche dir wie immer eine wunderbare zeit und möge die macht mit dir sein servus